Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cities Skylines in Seeholz und wie letztes Mal angekündigt habe ich zwischen den Folgen die Bahn da rüber verlegt, passt mir jetzt wesentlich besser und habe auch da die Wege mal ausgetauscht, bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube wenn es dann begrünt ist, schaut es glaube ich ganz nett aus, kommt dann hoffentlich auch bald mal. Wie gesagt, in der Zeitrafferfolge werde ich vermutlich bündeln dann mit dem Bau des Flusses, da wo ich ja letztes Mal gesagt habe, den möchte ich bis da runter führen, zum großen Fluss. Und dieses Mal werden wir glaube ich die Stadt noch etwas ausbauen, hier haben wir ja Endstation für die Monorail, ich glaube ich werde sie noch versuchen ein Stückchen weiterzuführen und hier noch eine Station zu machen, die Endhaltestelle und da haben wir ja auch noch nicht ganz überlegt, was wir mit den zwei da machen, aber ich denke die können wir da auf die Insel führen, da hinten irgendwie rum und mehr oder weniger so einen Ring draus machen. Müssen wir noch schauen, aber fülle ich mal das hier auf und ich werde versuchen beim Baustil, den wir dann hatten zu bleiben mit grünen Straßen, also viel Begrünung und zwischendrin diesen schmalen Einbahnstraßen, finde ich eigentlich nicht schlecht, weil man auch da dazwischen eben schön viel begrünen kann. Aber mal so das grobe Ganze, was haben wir hier für einen Straßentyp, ist das der hier, ich meine, na, wenn ich auch den richtigen anklicke, dann hält man auch den richtigen. Genau, das ist gut und hier hat man ja auch den hier auf der Brücke, der Brücke schaut ja etwas anders aus, aber fahren wir da mal so weiter. Und die Frage ist eben, wie weit raus wollen wir bauen. Denk mal, hier in etwa haben wir die Straße für die Breite und dann noch zwei, drei Häuser rein, darüber und dann ist gut. Gut, also irgendwas mag der gerade nicht so wie ich, jetzt aber so in etwa, da geht es dann wieder zurück. Und das werden wir jetzt da mal mit Straßen grob auffüllen. Da haben wir ja doch recht viel gerade und winkelig gemacht. Schauen wir, dass wir in etwa bei den Bleiben- und Kreisverkehre mehr oder weniger aber nur innen drin, mit den, hauptsächlich mit den Einbahnen hier. Ich denke auch, da ganz am Start dran können wir vermutlich auf viel Einbahnen verzichten. Äh, viel Einbahnen, auf viel Kreisverkehre können wir da verzichten. Brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt, weil so viel Verkehr wird hier nicht sein. Vielleicht machen wir einen zentralen da in der Mitte, aber eben hier überall, das meine ich, da über den Kreisverkehr einbauen. Das bringt, glaube ich, nichts. Machen wir doch hier einen hin. Zweispurig lohnt da fast auch nicht, aber schaut sich ja nett aus. Und mittlerweile muss ich mir da auch keine Mühe mehr geben, zum Glück. Weil wir es ja einfach dann schön zusammenbasteln können mit dem Tool hier. Also wenigstens, äh, so, dass es nicht ganz so schlimm ausschaut. Ganz rund muss nicht sein, aber das lassen wir durchgehen. Geht es in die richtige Richtung? Ja. Okay, okay. Und da können wir, dass es nicht überall ganz gerade ist vielleicht. Machen wir doch da so einen leichten Schwung. Irgendwas klappt da zum Teil nicht ganz. Vielleicht, weil ich auf dem Kurventool bin. Das kann sein, weil ich dann irgendwie komisch snappen will. Ah, hier ist, glaube ich, der Punkt, genau. Durch die falsche Straße erwischt, aber das kann man halt zum Glück upgraden. Und hier kann man auch einen leichten Bogen reinmachen. Gut, dann brauchen wir noch ein paar Einbahnstraßen. Da hat man die hier. Wie haben wir das da gemacht? Mit anschließen an die sonstigen Straßen. Okay, einfach direkt so. Dann machen wir das, glaube ich, auch hier mal. So, schauen wir, dass wir da einen Kreisverkehr hinbekommen. Wie viel Abstand haben wir da ungefähr genommen, sodass eine Häuserreihe Platz hätte. Also, so, das, denke ich, passt. Also, nicht, dass wir da Häuser, kriegt dann das falsche Tool. Nicht, dass wir da Häuser reinmachen, aber in der Orientierung mal. Und hier ist natürlich die Frage, können wir da so nah hin? Da wäre die nächste Note. Oder auch nicht. Aber wir können schon auch alternativ, vielleicht wäre es eine breite Straße, das geht es nicht so gut, alternativ ein kleines Stückchen so rausfahren. Und dann einfach da so rein. Auch okay. Gut, hier können wir den Kreisverkehr noch hinbasteln. Und dann vielleicht... Da brauchen wir noch irgendwas, einfach, dass es dicht genug wird, dass wir überall bebauen können. Natürlich auch wieder mit Innenhöfen, aber... Ich glaube, hier fahren wir dann auch einmal runter. Da können wir dann das gleiche Spielchen machen. Das heißt, die Freikömmer da ran, ohne Großsachen kaputt machen. Oder Großverschieben vielmehr. Also, ein klein wenig können wir verschieben. Okay, dann machen wir den Kreisverkehr. Da haben wir sogar etwas mehr Platz gelassen. Schaut wirklich noch mehr Platz aus. Aber sonst, wir können sie immer noch verschieben. Ich probiere hier jetzt vielleicht doch mal ein bisschen großzügiger zu sein. Also, eineinhalb, nicht ganz Häuserzeilen. Dann tun wir es eventuell auch einfacher mit snappen. Da wirklich keine Note mehr. Können wir das irgendwie sonst provozieren. Wenn ich da so durchfahre... Hat da noch was Platz? Hat sogar noch was Platz. Na dann. Eben, ich weiß, mit dem Tool hier könnte ich da auch viel machen. Aber wenn es von selber geht, beschwere ich mich nicht. So, dann hoffentlich die richtige Richtung. Da könnte es etwas knapp werden mit der Kurve. Da wirklich noch nachhelfen. Macht einen leichten Linksknick da davor. Nicht ganz so schlimm, aber wenn wir schon beim Korrigieren sind. Da schaut es noch etwas sehr kantig aus. Aber besser wie vorher. Gut. Da soll es dann dicht genug sein. Hier, glaube ich, brauchen wir nicht drüber fahren. Wobei wir könnten mit einer normalen Straße hierher fahren. Und dann mal da versuchen, den Kreisverkehr zu bauen. Schauen, ob das klappt. Da muss ich ja auch noch etwas... ...moven. ...moven. Manchmal... ...hier kann ich nicht klicken, hier kann ich nicht klicken. Manchmal weigert es sich etwas. Dann probieren wir da mal nachzuhelfen. So, kein Kreis, aber rund. Fast das Gleiche. Und da gleich nochmal denselben Trick wie da drüben. Stückchen. Von der Straße. Und dann einfach so. Eben ganz gerade. Muss nicht sein. Wie gesagt, ich werde es beim Dekorieren vermutlich eh noch etwas nachkorrigieren. Und unter Umständen auseinanderziehen, damit da dazwischen noch grün reinpasst. So, und da drüben noch. Einfach etwas ausholen. Daran. Genau. Und hier könnte man auch mal für etwas abwechseln. So, und kann man mit denen hier Brücken bauen? Nein, leider nicht. Dann gibt es da eine Brücke. Zwölf Meter. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Was ist das Kleinste, wo geht? Und vernünftig ausschaut. Das ist gut. Jetzt machen wir es doch. Wirklich mal wieder zur Abwechslung mal gerade. Ja. Ein Studienjahrbericht. Genau. Gut, dass das kommt. Denke ich nämlich gerade dran. Eine Uni könnte man eigentlich auch noch bauen. Ich glaube, eine haben wir ja noch offen. So diese allgemeine Uni. Die könnte man eigentlich hier in Green City bauen. Weil eben, wenn ich die Einwohnerzahl so anschaue, haben wir jetzt schon einige tausend Leute verloren. In den letzten zwei Folgen liegt eben vor allem auch daran, dass die Services nicht passen, nehme ich an. Und Uni ist eins davon. Wir haben zwar Überkapazität, aber Erreichbarkeit ist natürlich nicht gut, hier speziell in dem Gebiet. Da sind Studenten dazugekommen. Immer noch angesehen. Und die Universität Chester haben auch ein paar dazu. Die sind noch unbekannt, weil vermutlich zu wenig auch akademische Werke. Aber eben hier. Warum nicht hier eine Uni bauen? Ich habe mir gedacht, vielleicht da hinten würde es sich anbieten. Kurz auch gedacht auf der Insel. Aber ich glaube, da machen wir eher irgendeinen Park hier rauf. Aber eben, eine Uni würde mir gefallen da noch. So, und hier dann einfach runter. Hier eben so. Und dann machen wir es wieder so. Weil die nur noch zum Prüfen, die geht ja auch nicht. Genau, da kann man auch keine Brücke machen. Nein. Die ganzen schmalen, wenn ich mich richtig erinnere, kann man keine Brücke machen. Weil eben nicht so schlimm. Wie schaut es da hinten aus? Da könnte man echt hier echt probieren, rausfahren. Wenn wir Glück haben mit den Nodes, heißt das. Gut genug. Kann man dann im schlimmsten Fall noch zurechtbiegen. Das schaut doch mal nicht so schlecht aus. Haben wir noch einige größere Lücken. Wie gesagt, sowas wie hier, das passt auf jeden Fall. Hier, hier, hier eventuell auch. Da ist mir noch fast etwas zu viel Luft. Da ist die Frage, was haben wir hier gemacht. Da haben wir, glaube ich, einfach Normalstraßen zum Teil gebaut. Und, genau, da muss man dann auch da die Runde fahren. Da ist okay, machen wir doch auch hier noch den ein oder anderen Lückenfüller. Und, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Da können wir sonst auch mal was Schmäleres reinbauen. Da bin ich jetzt auf Nacht gegangen. Gerade so zum Bauen ist Tag einfach um einiges angenehmer. Und hier, vielleicht machen wir auch irgendwo noch Dienstleistungen hin. Wie schaut es denn aus? Wenn wir eh schon von Einwohnern und Bedürfnissen sprechen. Da ist ein Arzt. Das war, glaube ich, eine Sauna haben wir hier. Also da unten noch irgendwas Arztmäßiges. Vielleicht eh nicht ganz verkehrt. Feuerwehr ist hier. Polizei ist auch hier. Eben also ein paar Dienstleistungen da unten noch hinbauen. Wobei, die wären natürlich zentraler am Kreisverkehr auch nicht schlecht. Haben wir hier eine Grundschule, genau. Von dem her. Wir haben gerade überlegt, ob wir da irgendwas Spezielles hinbauen. Vielleicht irgendeinen Park. Mal schauen, vielleicht finde ich irgendwas. Aber ich glaube, für den Moment wäre man, denke ich, ungefähr nach dem Vorbild von hier mal versuchen, da Zonen zuzuweisen. Aber vorher vielleicht noch das Gebiet erweitern. Sollen wir da einfach Lindenpark übernehmen? Ich denke, ja. Brauchen wir, glaube ich, kein eigenes Gebiet machen. Können auf jeden Fall dieselben Regeln gelten. Und hier haben wir ja das... Ohne hohe Gebäude, glaube ich, haben wir das hier. Das könnte man theoretisch da auch weiterziehen. Und einfach sagen, hier ist die Grenze. War nicht ganz super elegant, dass das dasselbe Gebiet ist. Aber ich bin jetzt gerade zu faul, ehrlich gesagt, ein zweites zu machen. Das ist auch so eine Aufräumaktion für dann irgendwann mal später. So, hoffe, das ist kein Problem, wenn wir das an der Straße so entlang ziehen. Ich hoffe dann auf der Seite, wenn da was gebaut wird, ragt das nicht irgendwie so komisch rein. Und dann entstehen hier keine großen Gebäude. Wobei, wenn ich mir die hier anschaue, da ist der Unterschied auch nicht besonders riesig. Einfach, weil die auch noch nicht maximal ausgebaut sind, nehme ich an. Und die Erdbeerhöhen. Warum gehen die auch da rein? Bin mir gerade gar nicht sicher, warum wir das hier so aufgetrennt haben. Aber ich denke, das machen wir eher so. Lassen wir das da hinten verschwinden. Und dann ist... Das war noch zu wenig groß. Ja, jetzt aber. Dann ist das außenrum das niederbebaute Gebiet. Und das nenne ich das hochgebaute. Und das können wir dann eben noch ausblicken, wie gesagt. So, jetzt Zonenzuweisung. Hauptsächlich, denke ich, Wohngebiet. Vielleicht irgendwo dazwischen drin können wir ein paar Geschäfte machen. Das ja. Aber ansonsten hauptsächlich wohnen. Sollen wir es einfach komplett bebauen? Hier haben wir ja immer etwas Luft dazwischen gelassen. Ich denke, das werden wir da auch versuchen. Aber so wie hier, da ist sowieso okay. Also da wird von sich nichts hingebaut. Da wäre genug Luft, aber ich glaube, ich mache es trotzdem dann in dem Fall so. Was ist da die Parzellengröße? Ich glaube, das Größte, was wir da haben, ist 4 mal 4. Dann schauen wir da einfach, dass wir hier zum Teil etwas Luft lassen. Also mindestens, denke ich, ein Feld. Machen wir auch 2. Jetzt machen wir es von mir aus so. Wird natürlich jetzt etwas Kleinarbeit, aber lohnt hoffentlich, wenn es eben nicht so dicht an dicht alles steht. Da haben wir wieder 2, Abstand lassen. Das können wir eigentlich auffüllen. Ich denke, das können wir auch auffüllen. Hier machen wir mal schmälere. Hier wieder etwas Breiteres. Gut, sonst fange ich, glaube ich, eher hier an, weil dann verteilt sich der Strom auch passend. Oder ist das noch im... Ja, wird knapp. Dann werden wir vielleicht für den Moment irgendwie versuchen, etwas nachzuhelfen, und mal da einfach Strom reinlegen. Damit einfach hier schon ein paar Häuser entstehen können. In der Hoffnung, die Leute wollen überhaupt hierher ziehen. Ist ja auch nicht gesagt. So, ah ja, da kommt das Erste. Super. Das füllen wir auf. Das können wir auch füllen. Ja, läuft doch. Ah, bevor wir es allerdings füllen, die... Ein paar so Innenwege. So was hätte ich hier natürlich auch gern. Das machen wir vielleicht vorher noch. Hm, was haben wir da für welche genommen? Ganz normale, die hier, glaube ich, waren das. Vor allem in so einem Bereich, wo viel Platz ist. Kommen wir da noch dazwischen durch. Das geht sich aus. Super. Da können wir so einen kleinen Minipark reinbauen. Vielleicht die Zugangswege vorher hilft. So, und ich hoffe, ich denke dann, dass ich endlich mal die Let's Play Maus dann austausche. Die ist wirklich schon etwas beleidigt, was die linke Taste angeht. Ich glaube, ich habe es eh schon tausendmal gesagt. Jetzt, zehnte, zwanzigste Mal, habe ich das Gefühl, geht es linksklicken nicht. So, hier haben wir zum Glück etwas mehr Platz gelassen. Da könnten wir uns auch noch versuchen, durchzuschummeln. Ganz übertreiben will ich es nicht. Es soll ja auch noch Platz für grün sein, aber gleichzeitig will man auch da sich gut zu Fuß bewegen können. Hier haben wir es zum Teil eh etwas vernachlässigt. Vielleicht auch etwas, was ich natürlich beim Dekorieren dann noch nachholen kann. Aber guter Start, kann ich mir schon so halb vorstellen. Aber wie ich es gerade sehe, das können wir noch machen mit den Bäumen. Dann schaut es sicher super aus. Die obligatorischen Rohre unter den Straßen. Mal schauen, ob man da alle Lücken füllen können. Da geht es sich aus. Sehr schön. Hier nehme ich an, auch das könnte sich ausgehen. Da müssen wir dann noch durch. Und hier. So. Alles die gleichen Häuser. Nicht sehr individuell, aber gut. Also sonst mache ich mal vorher alle, die man so füllen kann, wo der Abstand schon halbwegs passt. Da außen lasse ich jetzt für den Moment nochmal. Da können wir auch etwas mehr Platz dazwischen lassen. Gut, aber ich sehe, Zeit für Folgenende. Ich denke, das ist auch etwas, was sich dann schnell nach der Aufnahme noch erledigen kann. Einfach alles hier vollklicken. Dann, was kommt als nächstes? Hier brauchen wir noch öffentliche Verkehrsmittel. Ist die Frage, sollen wir die Straßenbahn da einfach noch mal die Runde führen? Würde sich anbieten? Könnte man eigentlich machen. Nun sonst halt wieder mal Buslinien, aber da muss unbedingt noch öffentlicher Verkehr her. Dann eben hier etwas Stadtrand. Das da noch rüberziehen. Mal schauen, wie weit. Eine Uni können wir noch bauen. Können Sie auch gern kommentieren, was ihr davon hältst. Das ist eine Uni-Bau. Letzte Folge übrigens, und die nehme ich jetzt hintereinander auf. Also Kommentare zur letzten Folge habe ich noch nicht berücksichtigt. Aber mich interessiert es natürlich. Und auch hier, das ist noch viel zu ein harter Rand. Also da haben wir noch einiges zu tun, glaube ich. Und mal schauen, vielleicht lege ich jetzt wirklich mal eine Zeitrafferfolge ein, wo ich eben nur Zeitraffer aufnehme. Dann, wenn es in dem Fall überhaupt nicht interessiert, kann es auch überspringen. Mal schauen, welche mir noch überlegen. Gut, dann wünsche ich alles liebes Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, ich denke. Und baba.